Ich finde es sehr wichtig, dass man hier mitmacht, weil es eben cool ist, sich mit der ganzen Schweizer Bevölkerung zusammen zu bewegen. Und vor allem auch ein Zeichen nach so einer schwierigen Zeit, dass es jetzt wieder vorwärts geht. Meine Mutter hat drei Rippen gebrochen, ein Handgelenk gebrochen im Moment. Aber sie will unbedingt morgen Kilometer machen, muss sie zurückhalten. Und das ist eigentlich schön, das geht also von kleinen Kindern bis über 80, die wieder rausgehen dürfen. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so mit dem Sport irgendwie Glücksgefühle auslösen kann. Sport löst immer etwas aus, bei einem ganz selber. Aber wenn man es zusammen machen kann, wenn viele 10'000 Schweizerinnen und Schweizer zusammen Sport machen können, dann ist das etwas, das befreit. Sensationell, oder? Das ist das grösste Sportevent, ohne dass wir da zusammenkommen müssen. Das ist ganz natürlich. Also ich habe mir eine ganz einfache Rechnung gemacht. Bei 100'000 Leuten mitmachen, jeder macht 10 Kilometer, dann haben wir locker eine Million, oder? Also ich mache mindestens 15. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.